Nein, ich bring euch auf! Jetzt runter, 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 damit ist die Ordnung. Das ist Eis, was das passiert. Da brauchst du mir seine Hilfe dafür. Warum fliegt ihr um sein Leben? Weil die Kunden da sind. Scheiße, die Familie einfach. Ja, wir werden nicht aufstecken können. Müssen wir gucken, dass wir mal weiterhören. Direkter bis nach, bis nach, keine Ahnung. Scalm. Das kann sein. Scalm, dann wird's gelöst. Wollen wir uns weiterhelfen. Hör auf, wie sie... Turtenbeschwörer? Turtenbeschwörer, hinterher! Ich bin auf eurer Seite! Warte, 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 warte. Ah, du… eu... Schnell zurück, woom. Ich will schnell schlechieren, Drachener. Oh, einravm ich bin... Ich meine doch, sie nicht geschlagen bleibt Nnein Lasst es uns zuende bringen Was ist denn mit dem Ohr? Da wo noch gar nichts? Oh Ragnar! Warte, stecken sie das Schwert weg. Schwert weg! Ragnar Der ist ja nicht mal gegen mich, sonst würde er geist in sein los und dorn schon an die Tüten jetzt auf die oben am besten ich muss doch ein Schreis die meine ja Punkt 6 auch nicht auf dem Racken ja aber die Gebraumden denn wenn sie nicht sind ist tot ist tot Moment alle getötet haben, wenn man vielleicht gleich mal reden kann Ja das ist doch krank, der uns sehen könnte Dann geh weg Warte Geh her Warte Warte, warte, warte Warte, warte Ne Also einfach probier mit dem zu reden, einfach alle Ragnar Alter, Ragnar Ragnar du kleiner Hier haben wir alle alle geschlagen Fex runter gucken, jetzt hier Alle sind da rum und da rum springen Aber alles müsste nicht alle gewesen sein. Ja, aber nur... ...dass ein Foto mit der scheiß Racken noch da ist. Ich würde zu gerne das scheiß Obliebien da reinstecken. Ich war irgendwie rein, oder? Ich muss gar nicht mehr... ...dass ein Foto mit der scheiß Racken noch da ist. Was wollte? Oh, hallo. Endlich! Ich heiße Ranga. Ich bin Magier. Die Negros da unten wollten mich vertreiben. Aber ich hab's ihnen gezeigt. Ich hab mich einfach hier oben versteckt. Toll, oder? Aber die Negros haben mich entdeckt. Sie haben ein komisches Portal gebaut. Du Idiot. Mal gespannt, was dahinter ist. Sagt, was ihr zu sagen habt. Beenden. Das kann man bestimmt durchs Tor gehen, weil er gesagt hat, ...hüh, ich würde gerne wissen, dass du an der Seite... ...ich komm mit Cleobi, komm mal. Ich bin zu Ecke, Alter. Bis zum Ecke, Alter. Speichern mal. Bum und Töten. Ich krieg den Speichern mal. Okay. Auf die Seite. Uuuu... 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 Quatsch, halt nicht! Ich bin da erstmal reingeworben Ich sollte zu Torback Du hast tot Mal gucken, wie die Welt gebaut ist Ja, das ist ja... Wieso hast du dich erwartet? Wo sind wir eigentlich? Gibt es eine Weltkarte oder so? Ich dachte, das ist eine Weltkarte Jetzt sind wir nachher Ein Hammerfelser Das ist ja klar, dieses ganze Torgelaber Ich komme hier rein Schwäbende Bäume? Schwäbende Bäume? Wings, schwäbende Bäume! Ist da noch was? Oder ist das einfach nur so scheiße? Oh, das ist das erst sehr wenig Sehr spät Äh... Fenster Ein bisschen riesig... Ein paar Berge reingekloppt in die Welt, ey! Ja, das ist halt so in Norwegen Oh, hallo! Was? Hey, ich bin Ina Da wissen wir, dass die ist Tja, ich hab leider noch nicht die Mittel Ohhhhhhhhhh Enough Da würden die mich eh nur als Haushaltshilfe benutzen Jo, wenn sie so Ich bin ich nicht mehr Ich bin ich nicht mehr Ich bin in der Nähe Einmal angegeben, damit Ich könnte einen großen Und jetzt hat denn Ich bin jetzt Das Küchenrufe eigentlich Ach, egal Ich gucke mich erstmal hier oben mit mir Sie sich vor Ich habe Leute öse oder? Lass sie kämpfen Ja, komm und und das ist ein ein bisschen wie geht es euch die die Ich hab's zusammengekommen hier. Ich hab's schon mal kurz gemacht. Josch. Hal. Josch mein Name. Hättest du vielleicht Bock auf ne ganz fette Aktion? Na klar, worum geht's? Also, siehst du die Burg da? Sie ist vor vielen Jahren von irgendjemand eigenbeutelischem erbaut worden. Seit etwa 100 Jahren steht sie leer. Das lag ganz einfach nur daran, dass es nur einen einzigen versteckten Zugang gibt. Den hat niemand gefunden. Aber jetzt hat sie so ein tränkiges Band in den Park da breitgemacht. Was hältst du davon, wenn wir sie platt machen und den Rest unseres Lebens auf einem schickten anwesenden Bogenstil verbringen? Den Zugang hab ich gefunden. Es ist der alte Brunnen hier. Besorg dir noch die nötige Ausrüstung und dann ziehen wir los. Ich muss schon sagen, kommen wir uns das mal rüber. Heißt, dann kommen wir nicht so in die Burg rein, ne? Das ist wahrscheinlich ein Antrieb oder? Das kann nicht sein. Ah, gut, das kann auch die sein. Stimmt. was ist denn die Welt hier nicht zu sein, die eben sind. Ja, ist ja egal, wenn ein Hammerfeld ist. Es geht ja schon mal darum, dass man ein Stück Welt hat. Oh, hallo! Wer sind sie denn? Ja, gut. Ja, ist klar, wir müssen ja auch mit dem leben, weil sie haben. Seid gegrüßt, Bretone! Hast du lebt? Ja, ist ein Mensch! Ja, ist ein Mensch! Weg, 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 weg! Weg, weg! Geht! Was? Ja, ist gut, dass der Eintritt ist. Ostseeröl, die ist bekannt als neben… NEEBEN? Ne? Ist bekannt als neben… NEEEE! Das ist doch fluß! Vielen Dank.